Guten Tag, werte Gäste der Maison Mager, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem Infohappen. Heute wird's happig, kann man sagen. Ja, ich habe mir überlegt, wie mache ich das Ganze. Ich muss gestehen, ich habe jetzt das Ganze schon, die ganzen Lizenzen, diese Lizenzwut der ganzen Publisher vor mich hingeschoben und man muss sagen, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, die ich hatte. Dadurch ist jetzt so viel angekommen, dass ich das unmöglich in irgendwelche Parts unterbringen möchte. Und dementsprechend habe ich mich quasi darauf geeinigt, in diesem Part alles durchzugehen. Das wird ein Pickepacke voller Part in dieser Hinsicht, aber etwas weniger informativ. Das heißt, deutsche sowie auch englische Publisher werden in diesen Part hineingepresst auf, ich sag mal, das Nötigste heruntergepresst. Wenn ich was dazu weiß, zur Geschichte oder sonst was, werde ich es sagen, ansonsten eben nicht. Dann werdet ihr den Manga sehen, ich werde euch kurz ein paar Daten nennen, das war's. Letzten Endes werde ich euch auf jeden Fall auch alles in die Videobeschreibung reinpacken. Also da werdet ihr auch das dann alles nachlesen können, falls euch irgendwas davon interessiert. Und das nächste Mal, wenn es soweit kommt, also zum Beispiel, es gibt noch einen deutschen Publisher, davon wird es noch nichts geben, Tokio Pop. Das wird dann im nächsten Part kommen und da wird es dann wieder etwas ausführlicher, weil ich da einfach auch mehr Freiheiten dann wieder habe. Und es ist nicht so viel. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, normalerweise mache ich das nicht, aber in diesem Part wird es mal der Fall sein. Zum einen das, zum anderen war es ein Weihnachtswunsch der Mason Xmas von einem Abonnent, dass ich wieder so ein Video mache. Und ich habe mir gedacht, mache ich auf jeden Fall, sehe es nur so semi als Weihnachtsgeschenk an, weil ich es eh vorhatte, werde es nicht in die Mason Xmas Playlist reinpacken, weil es wenig Sinn macht, das, sagen wir mal, in drei Jahren nochmal anzugucken. Das macht wenig Sinn, aber fühle dich auf jeden Fall angesprochen und fühle dich, ja, erhört, sagen wir mal so. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und, ähm, ich fang, ich fang, wo fang ich denn an? Ich fang auf jeden Fall erstmal bei Schreiber und Leser an. Denn Schreiber und Leser haben ein, ja, ein einziges, ein einziges Manga im Dezember, äh, wird da rauskommen. Der soll eigentlich schon draußen sein. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Kann sein, dass der schon draußen ist. Ein Manga, der sehr vielversprechend aussieht und auch klingt. Ähm, das Ganze von Jiro Taniguchi gezeichnet und geschrieben von Natsuo Sekikawa. Das hört auf den Namen Tokyo Killers. Und, ähm, ist, soweit ich weiß, in einem Band abgeschlossen. Und, ähm, es dreht sich wohl, das hatte quasi zwei, oder ne, vier Geschichten, vier Geschichten. Und eine davon kann ich euch grob erklären. Und die finde ich an sich schon von der Prämisse interessant. Es geht um einen, ja, wohl edlen Mann oder, also, ja, um einen Mann eben, der, ähm, scheinbar wohl, sagen wir mal so, ähm, womöglich einen Fehler begangen hat oder was auch immer. Und dieser weiß, dass ein Assassine kommen wird, um ihn zu töten. Er weiß es und, ähm, wartet quasi, bis dieser Assassine erscheint. Er wartet quasi so ein gewissermaßen auf seinen Tod. Der Clou hier dahinter ist, dass der Mann die Assassine wohl kennt. Also, persönlich. Und warum und weshalb, das werden wir dann, ja, das werden wir dann sehen. Ich finde es auf jeden Fall spannend und, ähm, es klingt ein bisschen wie so ein, äh, so, so Thriller oder Detektiv, äh, Geschichten aus alter Zeit. Fast schon, wie ein, wie ein westlicher, äh, ja, Roman, kann man sagen. Dementsprechend sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Dieses, diesen Dezember wird es bei mir ein bisschen knapp, aber ist auf jeden Fall auf der Liste. So, einfach mal um Schreiber und Leser fertig zu machen. So, abgehakt, jetzt kommen wir zu Carlsen. Carlsen hat einiges rausgebracht, äh, oder angekündigt für 2018. Unter anderem, unter anderem, ähm, zwei Manga, die, und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das, wie ich das werten soll, bzw. wie das funktioniert. Also, außer, dass es wohl möglich ist, dass, natürlich ist es möglich, dass Japaner mal Manga zeichnen, die nicht in, äh, Japan zuerst lizenziert oder vertrieben werden. Und dementsprechend sich die, ähm, Deutschen, der Verlege, wie jetzt hier zum Beispiel Carlsen, sich an einem anderen Land bedient und dort die Lizenz kauft für einen Manga. Was ich so noch nicht erlebt habe, wäre mir neu zumindest. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Man findet jetzt, sag ich mal, auf, äh, diversen Manga-Datenbanken nichts zu den zwei Manga. Und ich möchte einfach mal, äh, was dazu sagen. Und zwar, der eine Manga nennt sich, hört auf den Namen Ryuko und, äh, dreht sich um eine Yakuza-Chefin, die eben halt Yakuza-Dinge tut. Und, ähm, irgendwann wird aber ihre Mutter entführt und sie wird an einen bestimmten Ort, ja, gelotst, um, äh, dann daraufhin auf die chinesische Mafia und eine mysteriöse Terrororganisation zu stoßen. So, das ist mal so der Plop, äh, der Plopp, der Plot. Und das Ganze ist gezeichnet von Eldor Yoshimitsu. Damit lasse ich euch alleine, denn ich habe wirklich nichts gefunden. Also, das ist, ähm, Yoshimitsu habe ich was gefunden, der hat in Japan wohl auch einen Manga gezeichnet, aber der sagt mir zum Beispiel überhaupt nichts deswegen. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus von Zeichens, die gefällt mir an sich schon. Ich mag die, mag die, die Thematik, die Yakuza-Thematik auch sehr gerne. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Der andere Manga, der nicht wirklich scheinbar in Japan existiert oder zumindestens, äh, nicht als erstes, äh, ähm, dort gelizenziert wurde. Er rausgebracht wurde, gepublished wurde, wie auch immer man das nennt, ähm, gehört auf den Namen, ähm, Abe Sada. Und Abe Sada ist ein Manga, der eben von, ähm, wohl scheinbar, ich weiß es nicht, erinnert mich irgendwie unfassbar an Lady Snowblood. Und, ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube nicht, dass es der gleiche, ist es der gleiche Manga-Kar? Kazuo Kamimura müsste ich jetzt, das weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt leider spontan nicht. Aber scheinbar wurde das Ganze nicht in Japan lizenziert, sondern, äh, ja, außerhalb, was weiß ich, Frankreich oder sonst wo. Ich, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich finde es, wie gesagt, auch sehr spannend. Ähm, hier dreht es sich grob um eine Ursprungsgeschichte, die viele Filme scheinbar irgendwie, äh, inspiriert hat in Japan. Ähm, es dreht sich um eine junge Frau, die sich, äh, in den 30er Jahren, also 1930, äh, in Japan eben sich so ein bisschen Geld verdient mit, äh, Prostitution. Und dabei verliebt sie sich in einen Restaurantbesitzer. Die haben eine wilde, relativ wilde Nacht zusammen und sie tut ihn aus Versehen strangulieren. Und das, was dann passiert, ist wohl ein ziemlich, ja, schockierendes Ding, was, äh, das gute Japan damals in Aufruhr gebracht hat. Also, es war wohl ein ziemlich, ähm, besonderer Manga in der Hinsicht. So, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir nämlich noch Splatoon. Zu Splatoon muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich meine, ich habe das auch schon mal erwähnt in, wer, wer war es, Seven Seas oder Ian Press oder irgendein, äh, englischer Manga-Verlag bringt das raus. Bringt jetzt auch Carlsen raus, äh, finde ich gut. Spart ein bisschen Geld, sagen wir es mal so. Und ja, Splatoon, man kriegt, glaube ich, das, was man erwartet. Also, wer Splatoon mag, das Videospiel von der Wii U und auch von der Switch, ähm, der wird wahrscheinlich, denke ich, da seine Freude haben. Es ist halt, ähm, ein Manga zu einem Spiel und, ähm, es wird wohl sehr viel Slapstick haben. Ich fürchte, äh, nee, nicht befürchte, ich vermute, dass das Ganze wohl eine Vorkomageschichte wird. Also, mh, wer sowas mag, wird da auf jeden Fall, ja, wird damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Dann haben wir einen Manga namens, äh, Vigilant, oder Witcheland, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Äh, My Hero Academia Illegals, oder Illegals, Illegals heißt es, glaube ich, ne, das ist das englische Wort. Und, ähm, bin mir nicht sicher, ich glaube, ich glaube, dass das nicht vom Hauptmangaka gezeichnet wird. Bin mir da allerdings recht unsicher, wobei, warte mal, nein, Court, Court Batten zeichnet das Ganze. Auch mal interessant. Ähm, der Mangaka von, äh, der Dings, Boku no Hero Academia hat die Geschichte dazu geschrieben. Und, äh, das ist so eine Art Spin-Off, die es ja öfter mal zu, also mittlerweile öfter mal zu, äh, länger, längeren Manga wohl gibt. Und, äh, da dreht es sich quasi um die böse Seite, aber die sind nicht so böse, die haben immer noch das Herz irgendwo auf dem rechten Fleck, aber sie sind mit dem Gesetz nicht so ganz per Du, kann man sagen. Also, so, so, bisschen Anti-Held, aber trotzdem scheinbar irgendwie sympathisch. Darauf soll das irgendwie hinauslaufen. Lauft im Moment in die Apa noch weiter und, ja, wird 2018 bei uns rauskommen im Sommer, wie ich, äh, hier gerade sehe. Kann ich mal kurz gucken, Splatoon kommt dann im Mai, genau, und, ähm, wann kommt denn der Rest? Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ich habe das nämlich verpasst, euch zu sagen. Und die anderen zwei davor kommen jeweils im September und im Juni. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir, ähm, genau, da hatte ich es auch schon von. Ich bin mir sicher, dass ich es davon schon hatte. Children of the Wales, äh, kommt auch raus, ähm, auf Deutsch wird es die Wahlkinder, Children of the Wales heißen. Ah, ich finde, die Wahlkinder ist, das ist für mich ein ganz blöder deutsche Übersetzung. Nicht, weil, nicht, weil es nicht stimmt, weil Children of the Wales kann man eigentlich fast nur, oder Kinder der Wale, klingt auch irgendwie komisch. Aber Wahlkinder, das ist, ähm, ich habe Glenta aus Detektiv Con immer Wahlkind genannt. Und das, ähm, ja, das ist irgendwie, also für mich persönlich funktioniert das nicht. Das macht es eher ein bisschen lächerlich. Aber es soll ja wohl eine ganz schöne oder beziehungsweise interessante Sache sein. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt. Es dreht sich ja, glaube ich, um ein junges Mädchen, das auf einem Sandfall lebt, das quasi eine Insel ist, die einfach durch ein Meer voller Sand durch die Gegend fliegt. Und mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, gibt es den Anime schon dazu? Egal, schaue je nicht. Ich will den Manga vorher eh lesen. Und wenn dann, ähm, kann ich euch dann so per se nichts dazu sagen. Außer, dass es wohl, wie man vielleicht schon anhand der Beschreibung merkt, sehr viel Fantasy und so weiter und ein bisschen Mystery beinhaltet. Und, ähm, ja, damit kann man mich eigentlich ganz gut fangen. Dementsprechend interessant, auf jeden Fall. Interessant. Ganze wird rauskommen im, ähm, warte mal, Januar, für, wo haben wir jetzt? Im April, im April, im April, genau. So, nächster Manga 2, äh, Moment, das ist falsch. In This Corner of the World, genau. In This Corner of the World, ähm, ist ja ein, ist ja bekannt, fast schon mehr bekannt geworden durch, also der Anime ist bekannter geworden, ähm, als der Manga tatsächlich. Zumindest bei uns, ähm, hat es schon zu Glück die Runde gemacht. Ist ein wundervoller, aber auch sehr, sehr herzschmerzzertötender, kann man wirklich sagen, sehr, sehr anstrengender und, äh, bösartiger Anime-Film. Aber absolut großartig. Dreht sich um, naja, wie man's halt nun mal kennt, äh, Hiroshima, Zweiter Weltkrieg. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Und, ähm, sehr, sehr bitter, sehr, sehr bösartig, natürlich. Aber es ist ein absolut großartiger Anime. Und, äh, den, der Manga dazu wird es, äh, auf Deutsch geben, und zwar in drei Bänden, in abgeschlossen, auch im April nächsten Jahres. Ich kann euch empfehlen, solltet ihr Englisch können, spart euch den ein oder anderen Euro, kriegt dafür eine komplette Fassung mit einer, in einer hübschen, ja, in einer hübschen Version, in einem Band quasi, ähm, auf Englisch, ähm, bei Seven Seas. Ich hab mir den bestellt und ich bin wirklich mehr als zufrieden damit. Und, ähm, und, ähm, wenn vielleicht nicht jeder das Geld hat, die englische Fassung ist da tatsächlich in einem Rutsch günstiger, als wenn ihr alle drei Bände kauft. Wenn ihr das natürlich auf Deutsch lesen wollt, ist das natürlich was anderes. Ich denke mal, beide Versionen werden in der Qualität gleich sein. Aber, ja, ist nur ein Vorschlag von mir. Aber ansonsten wirklich, kann man wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Ja, genau. Ähm, übrigens, ach, ich erzähl schon gar nicht mehr, von welchem Mangaka das ist. Sorry, ich bin da grad, wie gesagt, dieses Mal ist es weniger ausführlich, aber, wie gesagt, nächstes Mal gibt's das wieder. Dann wird es einen weiteren Band geben, äh, und, äh, ja, das wird auch in einem Band abgeschlossen sein. Dann wieder eine Side-Story wohl zu I Am A Hero, ähm, wo ich so langsam mal überlegen muss, ob ich mir den Manga mal anschaue. Ich mein, der Zombie ist eigentlich mein Ding und, ach, verdammt, eigentlich, eigentlich müsste ich's mal machen, auch wenn, wenn mich manche Bilder schon ziemlich abschrecken. Ähm, vielleicht muss ich irgendwann mal gucken. Auf jeden Fall ist es eine Side-Story, äh, zu I Am A Hero und das heißt I Am A Hero in Nagasaki. Das wird im August nächsten Jahres rauskommen, also wird noch ein bisschen dauern. Und, ähm, ja, wer Bock auf Zombies hat und wer natürlich die Hauptgeschichte schon kennt oder, äh, am, am Lesen ist, ich weiß gar nicht, ist es schon abgeschlossen, bin ich mir grad unsicher. Ich glaube, es läuft noch. Ähm, dann, ja, denke ich mal, sollte man damit seine Freude haben. Ähm, ist aber natürlich ein anderer Schlag von Zombie-Manga, definitiv, äh, wesentlich, ähm, ich sag mal, bildgewaltiger als jetzt zum Beispiel ein Resident Evil-Manga, ähm, um nur mal einen Vergleich zu, äh, setzen oder ein, ähm, was ist neu rausgekommen, Infection oder so, kann man halt gar nicht miteinander vergleichen. Nur mal als Beispiel, ähm, visuell ist das schon eine Ecke härter. So, dann hatte ich das Thema auch schon, aber ich erwähne es einfach nochmal, weil es jetzt auf Deutsch doch rauskommt, Sacrifice to the King of Beasts. Da habe ich schon was dazu erzählt, ist ein Jojo-Manga, ähm, kommt im August raus und es dreht sich einfach, ähm, ja, darauf, es dreht sich darum, dass ein Mädchen wird quasi nur, äh, dafür erkoren, das Opfer für den Dämonenkönig zu sein Und wird quasi so auferzogen von ihren Eltern und als sie dann letzten Endes bei diesem, äh, König der Dämonen, also bei diesem, äh, Dämonenkönig da steht, ähm, naja, findet er sie eigentlich ganz amüsant, ähm, weil sie, ja, vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, innerlich tot ist oder so, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man quasi darauf vorbereitet wird, dass man quasi nur existiert, damit man irgendwann stirbt für einen Dämonenkönig, ist vielleicht nicht so, ist vielleicht nicht so das Beste, ähm, für ein schönes Leben, so die beste Voraussetzung dafür. Und, ähm, der König findet sie halt so amüsant, dass sie nun seine rechte Hand wird oder sowas und das beäugen die anderen Dämonen etwas, naja, finden die nicht so gut, kann man es mal so sagen. Und, ähm, ich bin nach wie vor von der Prämisse, von den Zeichnungen her wirklich angetan und ich freue mich, auch wenn der Manga sehr spät nächstes Jahr erst kommen wird, aber ich glaube, ich werde ihn mir dennoch auf Deutsch holen, weil es, ich habe einfach zu viel, was ich noch lesen muss und ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich jetzt mal wirklich länger warten muss und nicht gleich wieder demnächst schon was in Startlöchern ist. Das finde ich eigentlich ganz gut, werde ich so beibehalten. Dann, äh, kommen wir zu dem, ja, dem Manga, der letzten Endes gedroppt wurde, kann man wirklich so sagen, äh, vom Manga Cup von, äh, Boku no Hero Academia. Der Manga hörte auf den Namen Barrage, also zumindestens auf Englisch, äh, auf Deutsch wird er auch Barrage heißen, Sensei no Barrage, Baruchi, nee, Sensei no Baruchi. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So wird es auf jeden Fall genannt, auf Japanisch und, äh, ist in zwei Bänden abgeschlossen, wenn man es abgeschlossen nennen kann. Ist ein Versuch vom Mangaka, der nicht so ganz geglückt war, ist, glaube ich, auch in der Shonen Jump gelaufen. Oder? Ich bin, ich, ich meine, ist in der Shonen, oder in, in, in so einem Nebenmagazin von der Shonen Jump. Irgendwas auf jeden Fall. Und, ähm, viele finden es nicht so gut, wie, äh, Boku no Hero Academia wird wahrscheinlich seine Gründe haben, weil, wie gesagt, der Manga wurde nicht, äh, wurde, hat 16 Kapitel bekommen und dann hieß es, naja, das ist nicht so gut, lass mal. Und, ähm, ja, keine Ahnung, was, ich kann nicht sagen, ob er gut ist, ich kann nicht sagen, ob er schlecht ist. Ich kann nur sagen, für Fans von Boku no Hero Academia wird es wohl dennoch interessant sein, zumindestens mal zu sehen, was der Mangaka da vorgemacht hat. So, äh, Mann, oh Mann, oh Mann, dann schauen wir, ich wollte es eigentlich kurz halten, ich muss, ich muss mich ein bisschen dran halten, sonst funktioniert es nicht. Ähm, dann The God's Lie. The God's Lie, habe ich schon mal, äh, habe ich eine Review von gemacht, habe ich auch erklärt, dass es das auf Englisch gibt bei Vertical Inc. Wer aber das Ganze, wer das aber das Ganze eben nochmal auf Deutsch lesen möchte, hat bei Carlson die Chance, nächstes Jahr im Herbst das Ganze zu lesen. Es ist ein One-Shot, es ist ein Drama, ja, es ist ein Drama gegen, ja, Alltagslebensgeschichte, sag ich mal, die, ja, ganz, die, sag ich mal, anfangs nicht so wirkt oder nicht so ist, wie sie dann sich später entfaltet. Also es ist ein sehr interessanter One-Shot auf jeden Fall, kann ich jedem empfehlen, ich habe auch eine Review dazu gemacht, wenn ihr die irgendwo sucht, nach The God's Lie, dann werdet ihr die finden. Auf Deutsch wird das Ganze heißen Our Summer Holiday, warum man es nicht The God's Lie gelassen hat, keine Ahnung, Our Summer Holiday, finde ich ein bisschen, das klingt, das klingt fast schon, das klingt super, super positiv irgendwie. Aber, ja, ohne zu viel zu verraten, es ist, äh, es ist ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr als nur wunderschöne Ferien zusammen. Aber, naja, finde ich vielleicht etwas unpassend. Our Summer Holiday, naja, naja, muss jeder für sich entscheiden. So, dann haben wir einen One-Shot, äh, äh, Monte Cristo, der Graf von Monte Cristo, natürlich, ist in einem Band abgeschlossen und, ähm, soll wunderhübsch aussehen, äh, gezeichnet sein, ist natürlich eine historische Tragödie. Man kennt die Geschichte ja vom Graf von Monte Cristo und das ist das Ganze einfach in Mangaform. Wer da Bock drauf hat, hat einen One-Shot, einen historischen One-Shot, haben wir eigentlich viel zu selten, historische Manga, also Manga mit einem historischen Hintergrund oder, ähm, Setting, haben wir viel zu selten eigentlich. Ähm, das ist ja in Japan vor allem, gerade im Seinen-Bereich, ein ganz großes Ding. Bei uns ist es eher so ein bisschen, mäh, das ist ein bisschen das Dümpel so vor sich hin. Wir haben hier und da mal was, äh, mit, äh, Winland-Saga oder sowas, aber, äh, ich sag mal, es gibt auch noch, äh, Winland-Saga ist noch vergleichsweise Shonen-esk im Vergleich zu manch anderen historischen Manga, die in Japan beliebt sind, sag ich mal. Also, ähm, auch wenn ich es jetzt nicht als typischen Shonen bezeichnen würde, aber im Vergleich, ähm, da gibt es noch wesentlich ernstere, seriösere, ähm, ich sag mal, realitätsnahe, nähere, äh, Geschichten. Ähm, wäre interessant, wenn vielleicht dieser Manga mal dazu ein bisschen motivieren würde, das, ja, mehr zu machen, würde ich auf jeden Fall begrüßen. So, ähm, das wär's mal soweit. Ich mach hier eine kurze Pause und dann, äh, ja, dann sehen wir uns gleich oder hören uns gleich. So, kommen wir nun zu Egmont und, ähm, dann schauen wir einfach mal, was die so zu bieten haben. Nächstes Jahr, ab Frühjahr 2018 geht es los, unter anderem mit dem Manga Kleipnir oder Kleipnir oder wie auch zum Teufel man das nicht mal aussprechen soll. Ist ein, ähm, Action-Drama-Mystery-Comedy-Manga, alles mögliche mit drin irgendwie und es geht um einen, ich glaub, jungen Mann oder so, der sich in eine Bestie verwandeln kann. Und, ähm, irgendwie so eine Mischung aus, ähm, Plüschtier, aber irgendwie auch grotesk mit Fleisch innen drin und, ach, hast du nicht gesehen. Und, ähm, das versucht er geheim zu halten, weil er selber davon nicht so ganz, äh, ja, überzeugt ist. Das würde wahrscheinlich jedem so gehen, ähm, aber als er eines Tages, äh, seine Freundin oder Mitschülerin Claire aus dem, aus einem Haus, aus einem Brennenden rettet, ja, ähm, tut sie, anstatt sich bei ihm dafür zu bedanken, eher Gegenteiliges machen und zwar, sie hat Rachepläne und möchte unbedingt, dass er ihr dabei hilft mit seiner Fähigkeit. Und, das lassen wir mal so stehen, ist ein Manga, der mich doch durchaus interessieren könnte, ich bin aber ehrlich gesagt immer so ein bisschen auf Abstand mit dieser Kuscheltier-Thematik. Ich weiß nicht, was die Japaner mit dieser Kuscheltier-Thematik haben. Sie versuchen es auch immer so grotesk wie möglich dann darzustellen, dass es so Horror-Elemente hat oder so, aber ich find's immer irgendwie scheiße, dass es so Kuscheltier-Optik haben muss. Ich find das irgendwie, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, ich werd's mir auf jeden Fall mal anschauen. Mehr kann ich da auch nicht drüber sagen. Mangaka ist eher nicht so, also für uns nicht so bekannt, dementsprechend würde ich sagen, machen wir weiter. Der nächste Manga hört auf den Namen To Your Eternity. Und To Your Eternity ist ein, ist vom Mangaka Uoima Yoshitoki gezeichnet, der bekannt ist für, ja, sagen wir mal Mardok Scramble, für die wenigsten, also für den Manga. Für die meisten ist er bekannt unter A Silent Voice. A Silent Voice ist ja ein riesiger Hit in Deutschland vor allem auch und dieser Mangaka hat eben danach weitergezeichnet und es dreht sich hier scheinbar um eine, ja, um ein unsterbliches Wesen, das an die Oberfläche gelangt und mit einem anderen Jungen oder Mädchen, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, wahrscheinlich durch die Welt zieht. Und, ähm, keine Ahnung, klingt nach relativ offenem Potenzial, sag ich mal. Ist ein Abenteuer-Manga mit Drama-Elementen und, äh, sehr fantastisch. Also es passt auch wieder, also Drama-Tragödie, passt auch wieder perfekt zu A Silent Voice in der Hinsicht. Ja, wer, wer A Silent Voice mochte, der wird wahrscheinlich auch mit diesem Manga Freude haben. Und wer, sag ich mal, jetzt diese, ähm, realistische Note von A Silent Voice nicht so mochte, also quasi in der Echtzeit spielend, der wird vielleicht einfach von diesem Fantasy-Setting nochmal angesprochen werden. Dann haben wir, Entschuldigung, dann haben wir Cardcaptor Sakura, Cardcaptor Sakura, Clear Card Arc und, äh, das ist ein Sequel, ein Sequel zum, ja, zur, zur davorherigen Serie von Cardcaptor Sakura. Und, ähm, der Manga ist, äh, von dann Clamp natürlich, soll es auch anders sein, aber ich weiß, es gibt Leute, die kennen Clamp nicht. Und ich würde denen auf keinen Fall empfehlen, diesen Manga zuerst zu lesen. Ähm, da braucht man auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen Vorwissen. Und, ähm, dementsprechend, ja, ist das eher was für Fans von Clamp und von Fans von Cardcaptor Sakura. Was ich, äh, nicht so cool finde, ist persönlich, dass sie das jetzt auswählen. Ich meine, ja, klar, viele mögen das und es ist auch in Ordnung, aber ich warte immer noch auf meinen, äh, XXX-Holic oder XXX-Holic, Rey. Das ist irgendwie, ich meine, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass, äh, das irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird im Moment. Naja, aber das ist mal so die Aussage dazu. Äh, wer Clamp vielleicht nicht kennt, die haben unter anderem, ähm, X-1999 gemacht. Oder Chobitz, oder Kobato, oder, wie gesagt, Truex-Holic. Oder, ähm, hier das Neueste oder das Bekannteste, weil es auch dazu ja ein Sequel, ähm, Manga gibt. Und, ähm, bei Dings hier, äh, Reservoir, Tsubasa Reservoir Chronicle. Genau. Und, äh, Law, Drug, Law, Drug, 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 Lawful Drug, genau. Also, ja, die haben ein paar Sachen gemacht, kann man sagen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Manga, der hört auf den Namen Tanja the Evil. Tanja the Evil kennt die meisten wahrscheinlich, weil sie den Anime gesehen haben. Ähm, ähm, es geht irgendwie darum, dass ein junges Mädchen in einem, ja, in einer alternativen Fantasy-Welt lebt und dort, ja, in den Kampf zieht und ziemlich gnadenlos daher ist. Und, ähm, wohl etwas mit diesem Mädchen auf sich hat. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, soll, deswegen lasse ich es einfach mal. Also, das kleine Mädchen ist nicht unbedingt ein kleines Mädchen, so viel kann man mal verraten, aber, ja, der Körper ist zumindestens davon. Und, ähm, viele finden das ziemlich super. Leute, die Bock auf Militär und so haben, sind da auf jeden Fall Feuer und Flamme für. Das weiß ich, das habe ich schon zu Genüge mitbekommen, auch, äh, 10.000 Mal empfohlen. Ähm, ursprünglich ist das Ganze ja eine, ähm, eine Light-Novel-Geschichte gewesen. Oder ist immer noch eine Light-Novel-Geschichte. Und, ähm, neben dem Anime kam eben nun auch der Manga raus. Wer da Bock drauf hat, wird sich das wahrscheinlich gönnen. Bin noch am überlegen, es sieht, ist an sich schon interessant, aber ob ich es wirklich lesen will, ob Krieg so wirklich mein Ding ist, das ist noch ein bisschen, das behalte ich mir noch ein bisschen vor. Äh, dann ein Manga, der, äh, vor allem eben halt, äh, bei, also, wahrscheinlich extrem untergehen würde, ähm, bei den meisten, äh, wenn, äh, also der Name allein schon Attractive Detective, attraktive Detektive, ähm, ist in drei Bänden abgeschlossen. Also zumindestens, nee, nee, wird, oder, ich meine, oder wird er fortgeführt? Es kann auch sein, dass er noch fortgeführt wird. Ist ein Harem-Fantasy-Comedy-Mystery-Manga mit Detektiv-Anleihen natürlich. Und, ähm, vor allem, glaube ich, auch ein Jojo. Also es ist ein Reverse-Harem vor allem. Und, ähm, das Interessante an dem Manga, wenn man jetzt denken würde, ja, das ist ein Stück globaler Jojo mit einem Reverse-Harem, wer es braucht. Aber viele finden es ja halt super, weil der Mangaka, äh, der, der, der Autor dahinter, das ist in diesem Fall wesentlich wichtiger als der Mangaka, muss man mal so sagen, ist, äh, Ishin Nishio, oder nicht, ja doch, Ishin Nishio und, äh, oder Nisiyoi-Sin, wie er sich gerne nennt. Ich weiß, ich rede es katastrophal, aber es ist mir egal. Ähm, ähm, der hat unter anderem natürlich Bakemonogatari erschaffen, ne, oder, äh, Kubikiri-Cycle oder Juni Tyson, das aktuelle, ähm, der aktuelle Anime, der ja auch rauskam. Ähm, er wird in Japan ja extrem gefeiert für seine Light-Novels und, ähm, hat auch zu diversen Manga eben halt auch schon, ja, sein, ja, was soll man sagen, hat schon zu diversen Manga eben dementsprechend, äh, äh, ja, die Hintergrundstory gemacht, unter anderem auch bei Broken Girl, was jetzt auch bei Egmont, glaube ich, draußen ist, ähm, dementsprechend, ja, also wenn er dabei ist, sind, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Fanboys und Fangirls, die diesen Autor absolut lieben und alles kaufen und lesen, was sie, was er so macht. Äh, vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht, ich bin da nicht so drin, ich hab Bakemonogatari gesehen und fand's großartig, aber mehr kann ich dazu so per se nicht sagen, deswegen würde ich sagen, belassen wir es einfach dabei. Aber ich wollte es einfach mal erwähnen, weil das wäre bestimmt untergegangen und die meisten achten vielleicht nicht so sehr drauf, welcher, äh, Mangaka oder so das ist, wenn sie sehen, oh, es sieht aus wie ein Jujo, äh, Standard, äh, Reverse-Harem, interessiert mich halt persönlich nicht, zum Beispiel als Kerl, sag ich mal, wenn man da nicht so Bock drauf hat, kann ich das schon nachvollziehen, dass man das, äh, ich hätt's auch komplett übersehen, hätte mich nicht diverse Leute darauf angesprochen, dass das wohl mit, äh, Nishiyoshi und Shishimin zusammen zu tun hat. So, äh, dann, äh, gibt es eine, wird es eine Luxury, Luxury, luxuriöse Edition geben, äh, von, äh, Tokyo Summer of the Dead. Da hab ich ja schon eine, äh, eine Review gemacht von dem ersten Band. Ich habe eine, ähm, ja, ich hab ja ein Format, das, äh, nennt sich, äh, wie nennt sich das nochmal, ist schon länger her, ähm, Einzelhaft, genau, da schnapp ich mir immer einen Manga, stell sie in die Einzelhaft und, äh, tue sie beleuchten mit meiner Lampe, ähm, ne, ähm, ich mach eine Review halt pro Band, äh, das mach ich, hab ich bei Black Clover gemacht, weil ich gerne und viel über Black Clover reden möchte. Ich habe das bei, äh, eben bei, äh, Tokyo Summer of the Dead gemacht und bei MyBall. Das sind, glaub ich, so die drei, die aktuell am Laufen sind und, ähm, Tokyo Summer of the Dead wird auch weiter, weiter hinkommen. Ob man sich davon eine Luxury Edition kaufen muss, will, ist fragwürdig. Ich weiß nicht, ob ich's bräuchte, aber ich hab gehört, also ich fand den ersten Mal ziemlich bescheuert, ähm, obwohl ich, äh, Zombies und so mag, ähm, fand ich die kurzgescheuert. Die Geschichte am Ende, die ein paar Kapitel, also ein paar Seiten geht, äh, wesentlich unterhaltsamer als das Ding davor. Äh, und gut, das Ding davor war unterhaltsam in einer anderen Fassung, also eher dumm unterhaltsam. Ähm, aber ich hab gehört, ich hab viele Leute sagen hören, dass es tatsächlich, dass der Manga noch besser wird im Laufe der Zeit und tatsächlich noch interessant wird. Also, hm, mal abwarten, ähm, ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen und wer halt Bock auf Zombies hat oder so, der wird sich vielleicht auch mal die Luxury Edition geben. Ähm, so, und dann kommen wir zu einem Manga, wo ich ein Anime von angeguckt hab, sogar komplett. Oh mein Gott, er hat ein Anime angeguckt, das kann so komplett sogar, das, das ist ja, das ist bestimmt was ganz Gutes. Da hat er sich riecht, naja, nee, es ist, äh, Armed Girls Machiavellism, so wird das Ding irgendwie ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Aber der Manga hört auf den Namen und, ähm, das Ganze basiert auf einer Light Novel, ja, meine ich. Ja, auf einer Light Novel, nee, Quatsch, nee, das ist der, das ist der Manga, glaube ich, oder? Da passiert es, es könnte auch eine Light Novel sein, Leute, ich weiß es gerade echt gerade gar nicht mehr. Ähm, wie auch immer, es geht ja darum, dass ein Manga rauskommt und, ähm, da hab ich irgendwie doch tatsächlich Bock drauf, weil, ähm, ich hab mir den Anime angeguckt und, ja, der war nix Besonderes, so an sich. Das war halt wieder mal Action, Comedy, hier und da ein hübsches Mädel und Martial Arts und im School Setting. Nichts, was man schon nicht tausendmal gesehen hätte, aber, ganz ehrlich, manchmal, da reicht es mir vollkommen und, äh, wie immer, bin ich da, ehrlich gesagt, ziemlich offen für. Ich hab da Bock drauf, wenn die Kämpfe im Manga auch so interessant ist und vor allem, wenn, wenn, wenn die Story auch weitergeht, ähm, tatsächlich am Ende des Anime musste ich sagen, ich hätte schon irgendwie Bock gehabt, dass es noch weitergeht. Das waren ja nur zwölf Episoden. Das war ja quasi so ein Teaser für den Manga, meine ich, oder für die Light Novel. Irgendwie eins von beiden, falls es eine Light Novel gibt. Ich, wie gesagt, weiß es gerade nicht. Äh, kurzum, ja, definitiv, äh, mitgekauft. Sowas von, das, ähm, war unterhaltsam. Ich mochte den Hauptprotagonisten vor allem hier, äh, Nomura, fand ich, äh, großartig. Der hat richtig Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, dem beim Kämpfen zuzugucken, beim, ja, bei seiner Attitüde zuzugucken, bei den Reaktionen von den Mädels. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Das kann ich so nicht anders sagen. Äh, so, und dann haben wir, äh, noch Love in Hell. Habe ich ja schon, glaube ich, genug darüber geschwärmt. Ich habe auch eine Review dazu gemacht. Ähm, vielleicht eines Tages auch noch zum Sequel. Ähm, ich weiß noch nicht, ob man das unbedingt machen muss. Vielleicht, wenn ich mal super Bock habe und das nochmal lese. Ähm, auf jeden Fall Love in Hell, äh, ist in drei Bänden abgeschlossen. Hat ein Sequel namens, ähm, 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 ich glaube, Gott, wie hieß es nochmal? Death Life, genau. Das ist auch in zwei Bänden abgeschlossen. Ist in zwei Bänden abgeschlossen. Also, theoretisch würden uns fünf Bände erwarten, auf Deutsch. Ähm, wird unter der Kategorie Comedy aufgeführt bei Carlsen. Finde ich sehr fragwürdig, weil es ist halt ziemlich viel Gore. Es wird, es ist lustig, ja. Es ist sehr lustig sogar an manchen Stellen. Aber es ist ziemlich brutal. Also, man sieht Gore, man sieht diverse Eingeweide. Und, äh, man sieht auch mal einfach, wie Gott einen schuf. Auch innerlich. Und, äh, dementsprechend, äh, ja, man sieht auch mal, wie ein Mensch, äh, ohne Rückgrat nicht laufen kann. Und sowas. Äh, ohne, ähm, 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 sag es mir. Ja, ist auch egal. Äh, ohne, ohne Rücken nicht laufen kann man fast sagen. Ähm, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall, äh, cool. Es dreht sich um einen, ähm, um Rintero. Einen Mann mittleren Alters. Wie alt ist er denn? Glaub ich 28 oder 39 oder sowas. Und, ähm, der ist halt, ähm, der fliegt halt eines Tages vom Balkon oder sowas war es auf jeden Fall. Und landet aber irgendwie in der Hölle. Und er weiß gar nicht warum, weil er hat eigentlich nichts Böses getan. Und, äh, lebt dort in dieser Hölle unter einer, ja, unter einer Dame, unter einer Teufelin, die sich Koyori nennt. Und, äh, die ist für ihn zuständig und, äh, tut ihn, ja, immer mal wieder foltern. Wie auch so ziemlich alle Leute, die dort unten gefoltert werden von den Dämonen. Und es hat eine hübsche, habsche, hat eine hübsche Setting und so weiter. Also kann ich nur empfehlen. Aber Comedy, ganz ehrlich, wer den Manga gelesen hat, kann mir zustimmen, dass Comedy vielleicht ein falscher, äh, ein falsches Bild wirft. Nur weil es lustig, morbide, bösartig ist, heißt es nicht, dass es gleich, also ich würde es nicht rein unter den Comedy-Aspekt setzen. Es ist nämlich, es hat nämlich einen ziemlich krassen Moment, finde ich. In beiden, also im Prequel wie im Sequel. Dementsprechend würde ich das, wenn, wenn, nee, das passt einfach nicht. Es fühlt sich falsch an, das Comedy zu nennen. Also auch wenn es lustig ist, aber rein Comedy erwartet das nicht. Aber ansonsten kann ich wirklich blind empfehlen. Super geil. Und, äh, wenn ihr eine unfassbar, ähm, vielleicht nicht mehr so ganz für mich zufriedenstellende Review davon sehen wollt, dann, äh, werde ich euch den Link nicht dazu geben. Aber ihr könnt gerne danach suchen. Ähm, ja. Weil darauf bin ich vielleicht nicht mehr ganz so stolz, ne, mit irgendwie hier unrasiert vor die Kamera und so. So, das ist, äh, das ist was, wo ich heute denke, jedes Mal, wenn ich die Videos sehe, ach Gott, hast du das wirklich, hast du das, warum? Egal. Äh, zu viel dazu. Das war, das war, äh, immer im Grunde, im Großen und Ganzen. Ja, schön. Würde ich sagen, machen wir uns auf zu KC. So, dann schauen wir uns KC an. Mal gucken, was die so noch zu bieten haben. Die haben unter anderem zu bieten. Nächstes Jahr. Im Frühjahr oder ab Frühjahr. Ähm, Fire Punch heißt das Ganze. Und Fire Punch ist ein, äh, ja, Fighting Shonen. Soll ein Fighting Shonen sein. Von der, vom Plot her wirkt es auf mich nicht so ganz. Wirkt es mich fast schon eher seinen-like. Aber mal gucken, ähm, es ist auf jeden Fall ein Manga, der in so einer Art Endzeit-Szenario spielt. Es gibt eine, eine Hexe, die die ganze Welt mit Eis überzogen hat. Und dementsprechend, die, äh, fangen die Leute an zu verhungern und werden wahnsinnig und was weiß ich. Und unser Hauptprotagonist und seine Schwester leben halt in einem Dorf und, ja, versuchen halt zu überleben. Irgendwann fangen sie an, ihr eigenes Fleisch zu essen, wie wahrscheinlich irgendwie die, die ganzen Dorfbewohner dort. Und, ähm, auf einmal taucht eine Truppe auf mit einem Anführer namens Doma, der Feuer kontrollieren kann. Und, ähm, da er bemerkt, dass die Leute ihr Fleisch selber essen, also ihr Menschenfleisch essen, äh, denkt er, das Ganze wären Kannibalen und, äh, ja, beschließt das ganze Dorf in Brand zu setzen. Was man, was er nicht weiß, beziehungsweise was der Leser scheinbar am Anfang weiß, ist, dass, ähm, unser Hauptprotagonist sehr gute Regenerationsfähigkeiten hat, seine Schwester wiederum nicht. Das heißt, ähm, unser Protagonist ist auf Rache aus und will diesen Doma finden und wahrscheinlich auch töten. Das ist so der Plot dieser Geschichte, klingt eigentlich ganz nett, ähm, spricht mich aber aus irgendeinem Grund, manchmal weiß man es nicht genau, was einen nicht jetzt genau anspricht, aber aus irgendeinem Grund huckt mich die ganze Geschichte nicht so sehr. Ja, vielleicht ist es jetzt so der Fall, wie es ja meistens der Fall ist und wenn dann erstmal ein paar Bände draußen sind, vielleicht interessiert es mich dann doch. Mal schauen, ich würde dem Ding auf jeden Fall nicht Nein sagen, aber es klingt auf jeden Fall mal interessant und sieht, ist eine der interessanteren, ähm, Lizenzen von Kaze, tatsächlich. Äh, dann haben wir einen Manga, der hört auf den Namen The Tale of the Wedding Rings. Das ist ein, äh, Fantasy-Harem-Comedy-Abenteuer-Manga, der, äh, von dem, äh, Zeichner-Duo, beziehungsweise von dem Zeichner- und, ähm, Autoren-Duo Maybee, ähm, erschaffen wurde. Das sind unter anderem die, die auch, ähm, Dustman of Amnesia gemacht haben oder dieses andere mit den Beasts, wo ich noch nicht gelesen habe. Ähm, ich halte relativ viel von den beiden. Ich finde, die sind, die tun sich wunderbar ergänzend. Der eine hat immer mal wieder interessante Ideen für Geschichten, der andere kann toll zeichnen, wie ich finde, oder atmosphärisch zeichnen. Bin auf jeden Fall gespannt, ähm, es dreht sich um unseren Hauptprotagonisten, der eine Nachbarin hat, die mit ihrem Großvater irgendwie auf, irgendwann auf einmal vor ein paar Jahren aufgetaucht sind. Und, ähm, wie aus dem Nichts, äh, ohne Erklärung und er hat sich verliebt. Ich glaube, die heißt Hime, also Prinzessin, also, so, warum heißt sie wohl Hime? Ähm, ähm, und, ähm, das ist halt so, sie wird immer schöner und er wird immer wahrscheinlich für unbedeutender. Und er traut sich immer weniger irgendwie ihr, 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 seine Gefühle zu gestehen oder sowas war das. Und, ähm, eines Tages versucht er es oder, äh, wagt er diesen Schritt. Und dann, was dann passiert, ist entweder eine ganz normale Romanze oder etwas völlig anderes, was keiner von den beiden vielleicht erwartet hätte. Und, ja, mehr weiß ich dazu auch nicht und vielleicht ist es auch besser so. Ich bin auf jeden Fall gespannt und, na klar, werde ich mir den Manga holen. Ich, wie gesagt, ich mag das Duo, maybe, und das ist für mich ein No-Brainer. Ich mag die beiden und dementsprechend werde ich die auch weiterhin supporten. So, dann haben wir den Manga Yunas Geisterhaus, ganz simpel ausgedrückt. Ähm, über den habe ich, ich weiß nicht, ob ich über den schon gesprochen habe. Auf Englisch gibt es den auf jeden Fall bei Seven Seas. Ähm, bei uns wird es den bei Kase geben ab im, ab dem April. Genau, ab April sehe ich hier gerade. Und, äh, das Ganze, ja, ist relativ unspektakulär. Hier ist es auch wieder ein, ähm, eine Comedy-Romance-Harem-Geschichte mit einem Geistermädchen. Das geht irgendwie darum, dass ein, unser Hauptprotagonist eben, ähm, irgendwie auf der Suche nach einer Verbleibe ist, weil er sein, ja, will sein Schul-, sein Studentenleben oder so, oder Oberstuf, was auch immer. Ähm, will er genießen, beziehungsweise, ja, er will eben halt lernen und so weiter, eine Möglichkeit haben, außer Haus zu lernen. Und dementsprechend sucht er sich eine Bleibe und findet eine ganz billige Herberge. Und, äh, diese Herberge ist nur deswegen so billig, weil es dort, äh, ja, weil dort ein Mädchen ermordet wurde oder eine Leiche von ihr gefunden wurde. Und, äh, dementsprechend, ähm, ist es, macht es nicht so viel, äh, macht die, machen das die meisten Leute nicht so an, äh, dort, äh, zu leben. Und, ähm, tatsächlich sind da doch ein paar Bewohner dort vor Ort, ähm, aber vor allem auch ein Geistermädchen. Und, ähm, er kann sie sehen oder merkt, bemerken vor allem, weil er schon seit der Geburt spirituelle Fähigkeiten hat. Also, er kann Geister schon seit klein aufsehen und dementsprechend kann er auch sie sehen. Und, ja, ich denke mal, wird nichts Atemberaubendes sein, aber ich denke mal, unterhaltsam genug für Leute, die sowas mögen. Ich muss irgendwie, wenn ich an, an, an heiße Quelle Herberge und, äh, jede Menge Mädchen und ein Junge denke, dann fällt mir natürlich komplett spontan Lafina ein, bloß hat das Ganze hier noch eine übernatürliche Note. Und, äh, Geister und so weiter finde ich auch in dieser, ich sag mal, eher putzigen Form auch in Ordnung und bin gespannt. Äh, was heißt gespannt? Also, es wird wahrscheinlich unterhaltsam sein und das reicht mir eigentlich auch schon. Dann, äh, gibt es noch den Manga Scum's Wish oder Scum's Wish, ähm, ist ein, ja, Drama, ja, Psychological Manga, der in der Gegenwart spielt hier und es geht um zwar eine männliche und eine weibliche Protagonistin, die sind in laut anderen Leuten, also, also auch in der Schule, ähm, dieses perfekte Paar und, ähm, verstehen sich scheinbar super und alles, aber scheinbar haben die ein Geheimnis, das nicht so, äh, perfekt ist, wie sie scheinen und was das Ganze ist und so weiter, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich hab den Anime auch nicht gesehen und dementsprechend kann ich dazu nicht viel sagen, außer, klingt interessant, klingt sehr depressiv, melancholisch und vielleicht ein bisschen heftig, ähm, also, wenn ich mir so die Cover ansehe, also die mal, also ab Cover 2, glaube ich, wird eigentlich permanent auf dem Cover geheult, also, irgendwo sieht man immer eine Träne, äh, das, äh, ich weiß, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen darauf Bock haben, auf sowas und es ist halt so die Sache, ob es gleich in den Herzschmerz übergeht oder ob es eine gewisse Melancholiestimmung hat, an sich, ähm, letzteres finde ich gut, ersteres ist mir ein bisschen zu anstrengend und dann haben wir zum Abschluss, äh, da, 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 Super Mario Adventures, genau, ähm, hab ich, glaube ich, auch schon drüber erzählt gehabt, gibt's ja bei, ähm, Dingens hier, Dingenskirchen, äh, irgendwo, hab ich das doch gehabt, ähm, war es auch Seven Seas? Könnte, nee, Vertical Inc., oder? Irgend, irgendein englischer Verlag hat auf jeden Fall Super Mario Adventures schon rausgebracht, ist ein sehr unterhaltsamer, lustiger Manga mit, ja, Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Bowser, ähm, am Ende sogar Wario, ähm, sehr zu empfehlen, wer halt Super Mario mag, wer halt Bock hat, quasi einen Manga zu Super Mario zu lesen, und es ist sehr amüsant, sehr charmant, und, ähm, ja, wer da Bock drauf hat, kann eigentlich nichts falsch machen, ist ein One-Shot, lest sich relativ schnell weg, ist halt die Frage, ob man sowas will, ob man sowas braucht, aber für Fans von Super Mario, ähm, den kann ich echt blind empfehlen, weil ich hatte eine gute Zeit. So, das wär's auch hiermit mal mit Kaze. Ging schnell, aber es war auch nicht so viel. So, ich dachte, das wäre der Abschluss, aber tatsächlich, äh, fehlt natürlich noch ein Verlag im deutschen Bereich, der ja neu dazugekommen ist, und, äh, aktuell schon ordentlich was zu bieten hat, zwar nicht allzu viel, aber dafür wirklich qualitativ hochwertiges, und wir schauen uns das einfach nochmal ganz kurz an, und zwar natürlich rede ich von Manga Kalt, und, äh, Manga Kalt bringt, ähm, oder hat, ist am Moment, äh, dabei, hat im Moment, äh, Blame und Basilisk im Gepäck, und da möchte ich ganz kurz nochmal drüber reden, äh, Blame ist, ähm, äh, von Tsutomonihei, sollte den meisten bekannt sein, unter anderem von, ähm, äh, äh, Moment, Sidonia zum Beispiel, Nights of Sidonia, ähm, 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 oder Biomega, zum Beispiel, das sind nur die bekannteren Beispiele, sage ich mal, Blame ist eigentlich das bekannte Beispiel schlechthin von Tsutomonihei, äh, da dreht es, ist es ein Science-Fiction-Drama-Action-Cyberpunk-Manga, da dreht es sich um einen Hauptprotagonisten, der in einer sehr düsteren, apokalyptischen, aber sehr Science-Fiction-lastigen Welt existiert, und auf der Suche nach einem, äh, nach den besonderen menschlichen Genen ist, das ist so seine Aufgabe, und wenn, während er, ähm, riesige, ja, Stockwerke an endlos wirkenden Hochhäusern, und alles, es ist ein ganz merkwürdiges Szenerie auf jeden Fall, äh, während er dort immer höher und höher gelangt, in höhere Etagen, ähm, begegnet er unter anderem natürlich tatsächlich menschlichen Wesen, die noch, äh, zwar leben und existieren, aber Angst vor einer gewissen Bedrohung haben, und dementsprechend auch immer, immer sehr vorsichtig sind, auch immer sehr gewaltbereit, weil sie Angst haben, jederzeit sterben zu können, und diese, diese, sage ich mal, diese bösen Wesen sind sogenannte Siliziumwesen, die zwar an Menschen leicht ähneln, aber doch, dann doch, äh, sehr anders funktionieren, übermenschlich stark sind, sehr bizarre Gesichtsausdrücke haben, und, ähm, ja, auf jeden Fall bisher, ich hab da den ersten Band, beziehungsweise die ersten zwei Bände schon gelesen, und groß, es ist ziemlich großartig, es ist halt gewohnt zu Tumoni, hey, wer den Artstyle mag, wer dieses Cyberpunk, wer dieses Düstere mag, wer diesen doch leicht skizzenhaften Zeichenstil mag, der ist da auch bei Blame definitiv aufgehoben. Wollte ich nur noch mal dazu sagen, Basilisk hab ich mir ebenfalls geholt, hab ich aber noch nicht gelesen, ist natürlich ein Ninja-Manga, wie man sieht's ganz klar, äh, Martial Arts, historisch, Action, und hier und da ein bisschen düsterere Fantasie, sag ich mal, so in Richtung Berserk, also, wenn man das als Dark Fantasy bezeichnen kann, dann ist es quasi, äh, Basilisk so ein bisschen Dark Fantasy im, ja, in der Edo-Zeit, kann man sagen, in der Edo-Periode, und es dreht sich einfach um zwei rivalisierende Clans, denn von der Ninja, die aufeinandertreffen, wo von jeweils die, äh, Clan-Oberhäupte sich eigentlich lieben, und, äh, die große Frage da jetzt dahinter ist, ob man jetzt, äh, denjenigen, den man eigentlich liebt, wegen der Ehre, wegen dem Clan und so weiter, auf dem Schlachtfeld töten wird. Darum geht's letzten Endes, ähm, hat mich gehuckt allerdings schon, weil die Thema, Thema Ninja ist in letzter Zeit so ein bisschen mein Ding, und dementsprechend kann ich's nur jedem weiterempfehlen, ähm, ja, ich hab nicht sehr viel aktuell davon gelesen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich wirklich, wirklich gut. Dann, ähm, wurde neu lizenziert, und das sind, jetzt kommen wir zu den neuen Lizenzen, die noch nicht draußen sind, aber bald rauskommen werden, zum Beispiel, also irgendwann 2018 auf jeden Fall, zum einen, äh, hat, äh, Manga-Cult lizenziert, Kuhime, heißt das Ganze, ist ein Horror-Mystery-Drama-Manga, der in, lass mich nicht lügen, vier Bänden abgeschlossen ist, auch kann man auch mal sagen, Basilisk ist in, d, 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 d Es sind vier Bände, da gehe ich mal von aus, dass es zwei werden, zwei große. Ich bin mir aber nicht sicher, es könnten auch vier normale sein, das kann natürlich auch sein. Ist ein, ja wie gesagt, ein Horror-Jonen-Manga, also es ist ein Jonen-Manga. Und der dreht sich einfach darum, um so ein bisschen so diese Urban Myths-Geschichten. Gibt es da in Japan unter anderem ganz viele und vor allem gibt es sehr viele Frauendämonen, sag ich mal. In diesen Urban Myths und unter anderem wird hier eine, ja ich sag mal, eine Frau thematisiert, die eben Menschen frisst. Ja, die sie irgendwie irgendwo hinlockt und dann fressen wird. Und es geht eben um unseren Hauptprotagonisten, der ist Student und der hat eines Tages eben halt so diesen Mut-Test. Wie nennt man das nochmal? Courage-Test. Das muss man immer so nach, lauf nachts über den Friedhof und komm am Ende an, dann bist du cool, so nach dem Motto. Nur in einem verlassenen Gebäude muss er das Ganze machen. Und er wird attackiert von eben dieser Menschenfresserin und, aber anstatt, dass er getötet wird, während er abhaut quasi, taucht ein Mädchen auf, das, oder ein merkwürdiges Mädchen, sagen wir es mal so, die ähnliche Fähigkeiten hat wie dieses Monster und ihm hilft. Und warum sie ihm hilft und so weiter, das werden wir dann halt irgendwann erfahren. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ihr wisst ja, Horror-Manga bin ich dezent eigentlich so nicht abgeneigt und dementsprechend, das sieht auch alles sehr interessant aus. Ich mag den Zeichenstil und ich mag auch diese Urban Myth-Geschichten immer sehr gerne. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Worauf ich natürlich auch gespannt bin, ich weiß, da hast du kaum Blame gelesen und so weiter, wird schon wieder zumindestens lizenziert, Aposims Land der Puppen. Also Aposims, oder wie es im Original heißt, Ninjyo no Kuni, ist ein weiterer Manga von Tsutomo Nihei. Und ist auch hier wieder ein Science-Fiction-Action-Abenteuer-Drama-Manga, der im Grunde, der läuft noch, der ist erst im Februar gestartet in Japan. Und es geht wohl quasi groß darum, dass es ein Planet oder eine Welt gibt, die eine gewisse Begrenzung hat quasi. Also wie so eine Art riesige Insel oder ein Körper oder so, worauf Menschen halt nun mal existieren. Und dort aber irgendwie ist das Leben, sag ich mal, die Lebenserwartungshaltung von diesem Ort ist auf jeden Fall sehr, sehr runtergeschraubt. Also ähnlich wieder wie bei Blame oder sonst wo oder bei Omega, dass man quasi irgendwo in einer Welt ist, wo es ums Überleben geht. Und die Chance, dass man dort als Mensch einfach so ganz normal leben kann, relativ gering ist. Und da mehr weiß ich so potenziell auch gar nicht über den Manga. Also auch wieder relativ offen gehalten. Und da ich noch nichts davon gesehen habe, kann ich euch auch da nichts mehr darüber erzählen. Ich weiß nur, es ist Tsutomo Nihei, es wird wieder klasse sein. Und es ist immer so, man, habt ihr das auch so, dass wenn ihr Werke von Tsutomo Nihei lest, dass ihr, es ist ja offiziell, dass manche eine Verbindung haben und manche aber irgendwie nicht. Aber ich versuche in meinem Kopf, ist das Ganze von Tsutomo Nihei, findet alles in einer, in einem Universum statt oder vielleicht sogar auf einer Welt, nur in unterschiedlichen Zeitperioden. Und die können auch mal schon, was weiß ich, hunderttausende oder Millionen Jahre auseinander sein von mir aus. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es immer die gleiche Welt ist, mit den gleichen Wesen oder vielleicht anderen Wesen, aber die aus damaligen Wesen irgendwie erst entstanden sind und so weiter. Ich habe da immer so diese Assoziationen damit. Vielleicht geht es euch ähnlich. Dementsprechend finde ich die Welt einfach noch umso spannender, weil man gerne so seine eigenen Gespinste draus baut und irgendwie denkt, dass vielleicht irgendwas zusammenhängt. Es macht irgendwie, es ist irgendwie interessant. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ganz klar. Ist ja nicht umsonst einer meiner absoluten Lieblingsmangaker. So, dann haben wir Green Worlds. Ein Manga, worauf ich mich sehr freue, denn ich wollte den schon lange, lange kaufen. Der Manga wurde aber auf Englisch rausgebracht, aber ich glaube nicht fertig zum einen und zum anderen ist das scheißteuer mittlerweile. Ich glaube, der Publisher ist vorher bankrott gegangen oder sowas war es. Auf jeden Fall, in Green Worlds wird ein bisschen verglichen mit Attack on Titan, was eigentlich ganz gut passt. Also es ist quasi eine, die Menschen werden quasi zurückgedrängt. Du hast Monster, du hast extrem kreative Waffen, wo die Menschen quasi noch eine Möglichkeit finden, eben halt in dieser postapokalyptischen Welt, um ihr Überleben zu kämpfen. Und es ist ein Endzeit-Setting, es hat Horror-Elemente, es hat ein bisschen Science-Fiction, es passt schon irgendwie zu Attack on Titan. Also ich verstehe diese, sag ich mal, dieser Vergleich ist schon sehr naheliegend. Allerdings geht es hier mehr um Pflanzen, also im Jahre 2017, was übrigens super ist, finde ich persönlich, weil, naja, wir sind ja, gut, es ist fast schon wieder vorbei. Aber es ist trotzdem irgendwie interessant, damals hat man gedacht so, ja, im Jahre 2017, Mensch, da, guck mal, das ist so futuristisch. Ich bin mal gespannt, was es da alles für einen geilen Scheiß gibt, was wir immer noch nicht haben. Ähm, ist es halt so, 2017 spielt das Ganze und, äh, die Vegetation in Tokio boomt auf jeden Fall auf einmal. Und in kürzester, in kürzester Zeit ist halt die Menschheit irgendwie am Limit, quasi. Und diese Pflanzen, äh, mutieren nicht nur ganz extrem, sondern bekommen auch ganz merkwürdige Auswüchse und, äh, zum Beispiel, man sieht ja auf dem ersten Cover so eine Art Baby-Monster-Pflanze, was auch immer, wie das zustande kommt. Also, und es dreht sich um den, ähm, Oberschüler Akira, der eben nicht einzieht, dass er von Pflanzen getötet wird und kämpft ums Überleben. Ich hab Bock drauf, es sind acht Bände, es wird geil, ich hab Bock drauf, ich hab Bock drauf. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Bock drauf hab? Es sind richtig gute Lizenzen, ich freu mich wirklich wahnsinnig. Jetzt kommen zwei Lizenzen, da bin ich eh weniger der Fan, aber ich glaube, man sollte sie zumindestens mal erwähnen. Denn, äh, Tekkon, Tekkon Kinkrit, ähm, ist ein Manga, der, ähm, ja, einen Film, äh, beziehungsweise eine Filmadaption bekommen hatte damals. Und die einen oder anderen kennen das und lieben das wohl und dementsprechend, ich mag den Zeichenstil gar nicht und kann damit, es ist auch wirklich sowas, wo ich sag, ich kann den Zeichenstil nicht ab, ich kann damit nichts anfangen, dementsprechend werde ich mir das auch nicht holen. Es ist wirklich, es spricht mich einfach so nicht an, es, äh, es sind, manchmal gibt es Zeichenstile, die finde ich, die finde ich ekelhaft und, äh, die machen mir ein ganz ekliges Gefühl, wenn ich sie anschaue. Das ist so, ich weiß nicht, was ich damit verbinde, aber das ist auf jeden Fall der Manga-Kar. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass es nicht euch interessieren kann und ich erkläre euch kurz, worum es geht. Es sind Waisen, die leben in einem, in einer sogenannten Treasure Town und, ähm, die kämpfen um ihr Überleben. Also, das heißt, die beginnen Verbrechen, stehlen, kämpfen und schlagen sich halt so durch, durch, äh, keine Ahnung, eine Welt voller Korruption und Krimineller und, äh, bösen Polizisten und, äh, Yakuza und Hass nicht gesehen. Und, ähm, die wollen irgendwie ihre, die, die, die Stadt hat irgendwelche Pläne, die die nicht so ganz gut finden und die wollen ihre ehemalige Stadt zurück oder sowas und kämpfen darum. Ist an sich eine ganz interessante Sache, ist wohl auch scheinbar ein bisschen Fantasy mit drin, also es hat diese, diesen Aspekt, dass es in unserer Zeit spielt oder in einer ähnlichen Zeit spielen soll, aber dann doch Fantasy-Elemente hat. Wie gesagt, wer da Bock drauf hat, ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall interessant, hat drei Bände, also wird vielleicht in einem Riesenband rauskommen oder so, oder vielleicht in drei normalen Bänden. Das, äh, bleibt ja im Manga halt noch offen. Und dann, ähm, haben wir zum Schluss noch Superconductive Brains, so heißt es im, im japanischen, wie und im, äh, bei uns wird das, oder nee, nee, sorry, im japanischen heißt es Chuden no Paraxis und bei uns wird das heißen Parataxis. Und, ähm, hier gibt es eine kleine Warnung zu dem Manga, es ist ein One-Shot, ähm, von Shintaro Kago und der Shintaro Kago ist bekannt für Guru-Manga. Ich, äh, würde euch jetzt nicht empfehlen, nach Guru-Manga unbedingt zu suchen, denn es ist nicht jedermanns Sache. Also, wenn ich es am ehesten vergleichen könnte oder erwähnen könnte oder sagen könnte, was Guru-Manga sind, ähm, wenn ihr Körperwelten kennt, also wenn es wirklich darum geht, schön die Innereien so detailreich wie nur möglich darzustellen, ähm, alles wirklich sehr, das wirklich, also eins zu eins, wie ein Mensch nun mal innen drin aussieht, ähm, wenn man so perfekt zeichnen kann, schockiert das natürlich auch, wenn man, äh, eben dort, äh, Gore-Momente davon auffindet. Und hier in diesem Manga Parataxis ist das nun mal der Fall. Also es ist, man sei gewarnt, mir persönlich ist es zu hart, es ist wirklich nichts für mich. Ich bin überhaupt kein Fan von Guru-Manga, ähm, weder auf der, ich sag mal, der Gore-Schiene, sag ich mal, wenn es nur um Plot, äh, also einem normalen Manga geht, noch, äh, noch weniger ist diese ganze, ähm, sexuelle Geschichte in der Kombination, das finde ich noch kranker. Das geht für mich gar nicht, ähm, jeder, jeder, wie er, wie er will, aber für mich persönlich, das tut mir persönlich einfach nur weh beim Anschauen, das geht gar nicht. Da bin ich vielleicht zu, weiß nicht, meine Empathie ist vielleicht zu hoch dafür oder was auch immer, ähm, aber es ist, es zerbricht mich, wenn ich das sehe. Also das sind wirklich Bilder, die zwar durchaus bewegen können, aber vielleicht nicht so, wie ihr es wollt. Ähm, oder vielleicht doch und dem, vielleicht ist dann dementsprechend der Manga genau was für euch. Es ist auf jeden Fall ein, äh, sogenannter Demenzia-Manga und, äh, Demenzia ist ja ein, äh, ein sehr spezielles Genre. Und an sich ist es ein interessantes Genre, aber es ist ein bisschen zu heavy für mich, der Manga-Kammer. Nichtsdestotrotz, ähm, dreht es sich einfach um diese allgemeine Frage, ähm, man, man kennt, kennt, kennt das, ähm, hier dieses, äh, dieses, äh, Dream of, äh, das, äh, du, Androids. Dream of Electric Sheeps oder sowas gibt es doch irgend so einen bestimmten Roman. Und darum dreht es sich letzten Endes halt um die Frage, wenn ein Roboter oder Android oder was auch immer sehr menschlich aussieht, Organe hat und so weiter, ist er nicht dann auch eigentlich letzten Endes ein Mensch und kein Android mehr, also kein Roboter mehr, kein, kein, ja, mechanisches Wesen mehr. Und, ähm, das wird ein bisschen thematisiert da drin. Viele sind begeistert, viele finden es widerlich. Ich denke, es ist so eine Mischung aus beidem. Die einen finden es cool, die anderen eher nicht so. Da darf jeder für sich selber entscheiden. Ich werde es mir definitiv nicht holen, weil für mich ist es zu hardcore. Wer aber hardcore genug ist, der kann da durchaus mal reinschauen und seine Freude damit haben. Ähm, dann, ja, damit wärst du es soweit, genau, damit wärst du es soweit für, äh, Manga Kalt. So, da das Ganze jetzt doch länger geworden ist, als ich es natürlich mal wieder geplant habe, wie, wie immer halt, werde ich das Ganze jetzt mal, sag ich mal, auf einen rein deutschen Part beschränken und werde die Englischen dann nächstes Jahr oder vielleicht noch irgendwie vor einem neuen Jahr machen. Keine Ahnung, je nachdem, wie ich Zeit finde. Aber ich denke mal, das ist ein Pickepacke voller großer Part mit deutschen Lizenzen, was die meisten wahrscheinlich von euch interessieren wird und die Englischen werden dann, wie gesagt, irgendwann folgen und Tokio Pop wird dann wahrscheinlich gerade mit reingeworfen oder kriegt ein extra Part, je nachdem, wie, wie lange ich darüber reden werde. Ähm, ja, das wär's. Ich denke, das macht mehr Sinn, als euch da jetzt irgendwie einen Zwei-Stunden-Part dazu zu geben, weil die englischen Lizenzen sind auch relativ viel und ich muss da erstmal wieder aussortieren und, ja, es ist nicht einfach. Und, äh, dementsprechend, ja, ähm, hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt. Das wär's soweit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war informativ. Und, ähm, wie gesagt, das nächste Mal werde ich auch, ähm, also, nachdem ich quasi auch das Englische abgearbeitet habe, werde ich dann die Parts daraufhin dann wieder effektiver und mehr darüber sprechen wegen Mangaka und so weiter. Dann wird das Ganze ein bisschen wieder intensiver. Oder habt ihr das Gefühl, ich hab's nicht anders gemacht wie sonst? Äh, dürft ihr mir gerne schreiben, weil, äh, es kann sein, dass ich's doch so gemacht habe und mir's jetzt nur nicht aufgefallen ist. Wenn ja, bitte sagt, schreibt's mir einfach in die Kommentare, dann, äh, falls ihr das Gefühl habt, dass es ein Infohäppchen oder Infohappen-Part ist, wie jeder andere auch. Das, äh, ja, dürft ihr mir gerne schreiben. Ich hab so langsam das Gefühl, dass es tatsächlich so ist. Also, wenn's für euch informativ genug war, dann gerne reinschreiben, dann weiß ich da in Zukunft Bescheid. Ich danke euch und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und, äh, wunderschönen, äh, vollen Aufenthalt in der Maison Manga. Äh, schöne Zeit noch in der Vorweihnachtszeit. Und ich bin der René. Bis dahin und tchau. Bye, bye. Bye, bye.